hallo heute machen wir eine box auf und zwar ist das eine relativ neue das ist die juni twins box das ist von der kawai box ein ableger und da ist einmal ein magazin drin kriegst du es auch als erstes kommt uns dein armband entgegen guck mal das ist so das kann sogar ich tragen oder du zeig mal ein armband und das ist von my melody das sieht eher nach das sind socken guck die sind hier unten zu also wir haben schon mal socken wir haben ein hübsches armbändchen ein kuscheltier das ist my melody schwarze schäfchen das soll ein babypudel sein das kannst du dir irgendwo hinhängen warte ich mach mal wieder zu das kannst du glaube ich einmal um die gürtel um den gürtel machen den gürtel hierdurch oder wenn du kein gürtel hast kannst du dir irgendwo so hinhängen da kannst du eine kleinigkeit rein tun wie schoko zum beispiel süßigkeiten oder ein kusch und das ist von hello kitty dreh es mal um mach es mal zu genau das ist von hello kitty wie so ein kleiner rucksack sieht das aus also die box gibt es auch jeden monat königliche hoheit königliche hoheit und jetzt könnt ihr das sehen ich sehe nämlich gar nichts musst du glaube ich weiter nach vorne machen schnucki dann wie hier komm schüssi was ist denn das ja was ist das das machen wir jetzt mal auf aber warte mal hier ist abgebildet was das ist immer ein bisschen schwierig mit der schrift mit der chinesischen das was irgendwie abgebildet mit dem radiergummi da kann man glaube ich irgendwie drauf schreiben und dann kann man das wieder wegradieren frage ich mich auf welcher seite ich mach mal hier das ist ein radiergummi soll ich da jetzt raus schreiben ich mach mal ganz klein hier irgendwo in die ecke könnt ihr überhaupt noch was sehen vor unserem ganzen düdelkram hier ganz klein mach ich mal ein herz ok naja das kann man kaum lesen versuch mal weg zu radieren das kannst du immer wieder benutzen du machst ein großes herz ich soll ein großes herz machen hier großes herz mit schlecht malendem stift und hannah ich liebe das hier cool und das funktioniert das ist ja witzig super und jetzt machen wir das die humi ist immer mit dabei guck mal was ist das was ist das ein beutelchen ist noch leer da ja dann ist die box leer und hannah hat jetzt noch ein hello kitty beutelchen oh der ist aber schön oder eine tasche ja das ist eine kleine tasche und dann kannst du das zieh mal an dem anderen bitfaden guck ein kleiner beutel ist das da kannst du all deine sachen reintun guck mal den schmuck tun wir hier nochmal mit rein dass wir den nicht verlieren und dann hier unten zumachen der kann da mit rein dann kann da my melody mit rein warum heißt die melody weiß ich nicht das ist nicht hello kitty das ist my melody die heißt einfach so das ist ihr name wir können ja mal das ding hier genau das kann da auch mit rein my melody die socken von my melody und passt der kleine pudel auch noch mit rein so gleich habe ich oh wow so noch ein kleines jetzt haben wir alles aus der kiste in der box nein mein krönchen mein krönchen kriegst du das da auch noch mit rein ja meinst du ich glaube das ist ja ein zauberbeutel hier da piekst nicht den armen pudel in den po super dann kannst du das gleich mit hoch nehmen so in dein zimmer haben wir gleich alles beisammen ja stinkt nicht mal oder geht kannst du an der seite ziemlich ich glaube hier ist aber schon zu ist schon zu schnuppig hier haben wir eine tasche ey mama du musst die nicht hier schmeißen ich brauch die die box brauchst du noch zum basteln ah ok dann behalten wir die das war die yumi twins box von kawaii für den monat juli ja und die hier ist richtig cool und wie fandst du den inhalt gut ich auch auf jeden fall ist das eine riesennase ich muss sagen die gefällt mir besser als die kawaii box selber ey weil da war sehr viel klein kram drin und hier ist auch ein bisschen was größeres drin was man auch wirklich benutzen kann ich auch so wie die nase und sie saß wie ein osterhase kann man auch als rucksack benutzen wenn euch das video gefallen hat macht den daumen hoch und nicht vergessen unseren kanal kostenlos zu abonnieren und hier könnt ihr unser letztes video anschauen 2 1 101